Musik Hallo Freunde und ganz ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen Ja ich bin gerade auf dem Weg hier bei Celine zu, warte ich sag's euch genau wie es heißt, Terra Mills Hydro Farm Fliegen wir mal hin, denn ich möchte gerne ein bisschen Essen holen Dann fliegen wir damit nach Levski und dann gehen wir eine Runde shoppen in Levski Weil ich werde auch immer wieder gefragt, wo kriegt man gute Ausrüstung Es ist ja alles mittlerweile sehr verteilt, aber in Levski gibt es glaube ich am meisten sich zu kaufen Da gibt es schon eigentlich die größte Ausdruck, würde ich mal sagen Es gibt auch dort Sachen, die es jetzt nicht gibt, die gibt es dann wieder woanders Aber im Großen und Ganzen geht das ganz gut dort Leider ist hier gerade Nacht und es ruckelt leider wieder ein bisschen Aber naja gut, müssen wir halt durch, so ist das halt So, wir können noch ein bisschen Kommentare direkt am Anfang gleich mal vorlesen hier, während wir noch fliegen Äh, warte, ich bin ja ganz toll vorbereitet hier Äh, lalalala Der Armin Haas schreibt Servus Knebel, schönes Video, zwei Kleinigkeiten Du kommst auf die Brücke, weiß noch nicht genau wo es da reingeht Äh, hab's aber schon bei anderen Videos gesehen Außerdem sind die zwei Hangar, wie du sie nennst, zwei der vier Triebwerke, die beim Auffall abgebrochen sind Hab eins davon allerdings schon mal als Hangar zweckentfremdet und bin mit meiner Saber Raven drin gelandet Geht also auch Ja gut, äh, ich sag mal, da wo ich mit dem Flugzeug reinfliegen kann und mich hinstellen kann Äh, das ist doch ein Hangar, oder? Ja, also da ging es um das Video mit der Develin Ja gut, könnte man sicherlich noch viele Stunden mit verbringen und dort rumsuchen Aber, ähm, die Brücke kommt man echt rein, ja? Muss ich mal gucken nochmal Wenn ich das, äh, da werde ich nochmal aufs Screen hingehen und bei der, äh, guten Gelegenheit nochmal irgendwie einen Einschub machen Vielleicht einfach Weil das wäre schon ganz interessant, das nochmal mit, äh, aufgenommen zu haben So, äh, lalalalala Was haben wir noch an, äh, interessanten Kommentaren? Zum Drogenlabor von jeder, schreibt der Ditzel Interessanter Ort, habe ich vorher noch nie was gehört von Nee, hast du nicht? Oh, ich hab's schon ein paar Mal gesehen auch und schon ein paar Mal gehört Hab immer mal wieder einen Kommentar auch gesehen Geht nochmal zum Drogenlabor und, hm Aber ist gar nicht so leicht zu finden tatsächlich Muss man halt, äh, wirklich ganz schön aufpassen So noch 90 Kilometer, komm, eins schafft man noch Ähm Lalalalala, was haben wir noch an, Kommentaren Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Antworten Natürlich mal eine Frage zu den anderen Let's Plays Äh, die meisten haben geschrieben Dass die sich für diese Spiele einfach nicht so Interessieren Einer hat geschrieben, äh, lieber mal ein Horrorgame oder so Ja, Horrorgames bin ich jetzt nicht so der Fan von Das machen auch so sehr viele Weißt du, also wenn ich dann auch noch anfange Dann haben wir noch einen Let's Player mehr Der Horror Let's Plays macht Wir machen bestimmt mal irgendwann Horror Also, ich mache ja kunterbunt Aber aktuell ist da gar kein Platz im Repertoire Wollen wir mal vom Gast gehen hier Ähm Du wüsst gar nicht wann, ich hab da gar keine Zeit für aktuell Da haben wir zu viele andere Let's Plays Hallo, geh vom Gast Jetzt Sonst wird das ein recht kurzer Flug hier Kann man ein bisschen Licht anmachen Ah ja, und Facecam wurde auch, äh, oder wird generell immer mal wieder genannt Ähm, bin ich auch kein Fan von Muss ich sagen Also ich bin tatsächlich kein Fan davon Irgendwie, äh, ist es so eine Angewohnheit geworden Bei allen möglichen Let's Plays Auch, wo es, also bei Horror kann ich es, kann ich es verstehen Aber auch bei, bei ganz vielen anderen Let's Plays Es wird völlig unnötigerweise immer, äh, immer die Phrase reingeklebt Irgendwie rechts oder mittig am Bildschirm Wo ich mir dann so denke, ja gut Aber ich will doch, ich will doch das Spiel sehen Ich, ich, ich weiß nicht Ich, also, jeder, wie er das mag und wie er denkt Aber ich bin da echt kein Fan von Da überall, äh, mein Gesicht reinzukleben Bin das nicht hässlich oder so Daran liegt es nicht Aber ich finde es einfach teilweise echt unnötig Also was bringt es mir, wenn ich jetzt hier irgendwelche Anzeigen mit meinem Gesicht verdecke Das hilft doch keinem Also bei Star Citizen würde ich es eh wahrscheinlich nicht machen Bin das generell sehr so unpassend bei vielen Let's Plays Beim Livestream ist es nochmal was anderes Und bei Horror ist es auch nochmal was anderes Es gibt so ein paar Sachen, da kann man das echt machen Ähm, aber bei den meisten Let's Plays Auch so bei, bei irgendwelchen Rollenspielen oder so Weiß ich nicht, also Hm Das verdeckt doch nur die schöne Grafik Weißt du, tausche schöne Grafik gegen hässliches Gesicht oder so Weiß ich nicht So, äh, wir sind gleich da Ich seh nichts, ich seh schwarz Einfach nur Ist einfach nur schwarz, oh Gott 3.800, ja wir fliegen langsam ran Jetzt seh ich Ich seh Lämpchen Hey, Lämpchen Kann ich mir hier Landerlaubnis holen eigentlich? Das kann ich, hab ich nicht probiert Bei dem, bei der Base, aber ich glaube es geht generell nicht mehr Einfach irgendwo landen So, müssen wir nochmal gucken, äh, ich nehm die da Dann kaufen wir uns ein paar Lebensmittel, weißt du Ich weiß nicht, ob der Preis auf Levski gut ist Ich glaube auf Grimax ist doch besser, aber Levski, die wollen ja auch mal was zu essen haben, ne Also es kann ja nicht sein, dass die immer noch hungern müssen So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen Genau Ist da Staub auf der Landebahn Muss ich direkt meinen Hausmeister anrufen, dass da mal Kern kommt Wir landen nicht im Stab, wir landen schön da vorne Hallo Ruckel, ruckel, alter Oh, was ist hier los? Ich bin doch ganz alleine hier Sponsor wieder ihre fetten Caterpillars in Porto DSA und ich legge deswegen So, Chugga Ja, ich sehe es, wie es landing complete ist Wir nach oben wieder wegdüsen, so Okay, äh, mal gucken, wo ich hier shoppen kann Weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren In, äh, dieser Farm Äh, dieser hydroponischen Farm Ist auf jeden Fall, ne, recht große Oh, also jetzt ruckelt es gerade richtig Alter Schwede Wow, okay, also Puh Okay, jetzt hat er sich wieder gefangen Weiß nicht, was das ist Manchmal ist echt der Wurm drin Aber das kennt ihr ja selber, wenn ihr das Spiel spielt Äh, ich bin schon hier runtergefallen So, warte mal Da müssen wir hin, ne Irgendwo da Das da links ist, glaube ich, das Spawnding Das heißt, ich glaube, wir müssen hier rein In das Häuschen Aber wir müssen mal schauen Ja, das sieht gut aus Ich glaube, es ist das hier Hydroponics, genau Ich hänge fest Ah, jetzt So, zack Achtung mal, Radios noch an Warte mal So Dann müssen wir mal eine Runde shoppen Das geht hoffentlich hier Äh, warte mal Naja Dann vielleicht hier Äh Guck mal, hier kann man sich reinlegen Das ist Das hier lustig ist Das sieht ja cool aus Ja gut, klar Sie müssen ja hier anbauen, ne Gibt da keinen einzigen Planeten Wo man anbauen könnte Mit echtem Licht Und mit echter Sonne Und so Muss man halt alles künstlich machen Auf den ganzen Kleinen Monden hier Also hier ist wohl nichts mit Alter Ah, Spiel Hier ist nichts mit kaufen Dann ist es ein anderes Häuschen Muss mal suchen Ich kenne mich hier leider Nicht aus Hallo, Spiel Ist aber gut Machen wir das Licht aus Vielleicht ist es der Blend-Effekt Der Blend-Effekt Du bist geblendet Vom Blend-Effekt So Dann versuchen wir es mal Das ist zu klein Dann wird es das da sein Wahrscheinlich Ein Schild wäre nicht schlecht Irgendwie so Shop Oder so Ein bisschen wie bei der Tanke Weißt du Wenn du da nachts dran vorbeifährst Siehst du schon von Von 50 Kilometern aus Das Das Symbol Mit diesen zwei gekreuzten Also Messer und Gabel Oder auch McDonalds Oder so Siehst du auch Auf der Autobahn Schon irgendwie 100 Kilometer vorher Ah, da ist ein Mac Alles klar Erstmal Lass mal hinfahren Aber hier sieht es auch Wieder schlecht aus Das können sie ja auch mal bringen Also irgendwie so Schilder Also ich würde das tun Also wenn ich so eine Base hätte Ich würde die voll ausleuchten Und zwar Also ich würde sie So richtig ausleuchten Bis die Polizei kommt Damit jeder sieht Da ist ein Shop Da kann ich kaufen gehen Weil ich wieder Geld verdiene Mit der Base Mal gucken was man später machen kann Wenn man sich dann so eine eigene Base Baut Vielleicht kann man auch So eine Art Werbespot Irgendwo einblenden Der dann auf dem Schiffscomputer Rumnervt Kennen sie schon Unsere Unsere neuesten Produkte Von Knebel Industries Eine Tütensuppe Die sich von alleine warm machen lässt Perfekt für jeden Mondausflug Oh Ich bin Gegen die Tür gesprungen Das wäre geil Weißt du So eigene Werbespots drehen dann Seine richtig schönen Leuten Damit auf den Sack gehen Mehrbung Mehrbung Ja hier Hättest du was sagen können Junge Mr. Fokuhila Nichts kannst du für mich tun Mr. Admin Los bück dich Ne Ich geh mal hier Hier an so Also Hallo Schnauze Bye Cut this black Und da nehmen wir Ja Ja es ist natürlich die Frage Wir können Alkohol holen Oder 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 Food Ich glaube Alkohol ist besser Der verkehrt Oh wat Ich wäre Alter ich will mal ein bisschen Alkohol holen Ist das ein Problem damit oder was So ich kaufe jetzt hier Zack Ja 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 Und dann nehme ich noch ein bisschen Essen mit Weil man soll ja nicht auf leeren Marken trinken Ne So Zack Und dann verkaufen wir den ganzen Schrott Auf Levski In der Hoffnung Dass dort der Alkohol Schön teuer ist Also wir haben jetzt für beides 5 bezahlt Ich glaube Nahrung ist nicht so teuer Alkohol müsste im Mehrwert sein 5 ist echt billig für Alkohol Ist ja erstaunlich Äh Komm lauf Ja jetzt Vor allem ohne Ausfallskontrolle Gib dir mir einfach so ein Alkohol ins Schiff Ja gut Ich habe hier auch einen Führerschein Ne Für Kattespack und so Führerschein Fahrerlaubnis Wie sieht eigentlich eine Fahrschule aus Mit einem Raumschiff Wie Also Sitzt du dann auch mit einem Fahrlehrer Also ich weiß nicht Wer von euch schon Fahrschule gemacht hat Dürften sicherlich einige sein Gerade die Star Citizen Community Habe ich ja schon mal erzählt Ist ja allgemein ein bisschen älter Als bei Vielen anderen Spielen Das liegt einfach daran Dass das Spiel ja Ja es ist Also ich will nicht sagen Nichts für die Jüngere Hallo Äh Was ist das Kann man das irgendwie Weg machen Ah ja Okay Sag ich gleich was Warte mal Lass mal kurz hier weg Und hier so ein lecky Punkt Ich flieg mal Ich mach schon mal Levski rein Levski Levski Heute haben wir viel gelacht Lalalala Ne doch Den da mal Genau So Warte Äh das ist dann Da Okay das heißt wir müssen hier hoch Oh wie es ruckelt Ich mach erstmal Radio an So Äh ne also die Star Citizen Community Star Citizen Community Ist ja allgemein ein bisschen älter Weil man einfach sagen muss Die jüngere Generation Ist nicht alle Aber viele sind Sehr sehr ungeduldig Und natürlich ist dann Natürlich ist schwierig Die für ein Spiel zu begeistern Wie Star Citizen Was Sehr sehr viel Zeit In Anspruch nimmt Also ich rede gar nicht Von der Entwicklungszeit Sondern auch vom Content her Also ich weiß nicht Vielleicht schätze ich auch Die Jüngeren Ein bisschen falsch ein Mit Jüngeren meine ich jetzt So zwischen 12 und 18 Sag ich jetzt mal so Aber Also wenn ich das mitbekommen habe Wollen die eher so schnelle Matches Schnell go 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 Und und Nicht groß darüber nachdenken Und einfach jetzt loszocken Bei Star Citizen geht das halt nicht Also jedenfalls aktuell Und ich weiß nicht wie es später ist Aber wird vermutlich Auch eher ein bisschen erwachseneres Spiel sein Als zum Beispiel ein World of Warcraft Ne Ich glaube nicht Dass man sich in Star Citizen Mal fix irgendwie random anmelden kann Für Eine Mission Oder Ne Und dann da ein bisschen rumflamed Und ciao Baby Und glaube ich nicht Weiß ich nicht Aber Ich hoffe es auch nicht Will sowas nicht Mag das nicht Ich mag das nicht Ich bin voll erwachsen Ich brauche total Total erwachsene Spiele Ne So So meine ich das gar nicht Ist gar nicht böse gemeint Aber es ist halt so einfach Ein Erfahrungswert Dass Viele da Also gerade von Jüngeren Oftmals So ein bisschen Rushy rushy Die drauf sind Und Die sind in Star Citizen E falsch Habe ich ja schon ein paar Mal auch gesagt Also Jedenfalls aktuell Ich hoffe auch Dass sie das so lassen werden Dass man einfach Ja Wieder mal ein Spiel hat Wo man echt Sich die Zeit nehmen muss Auch Und dann will ich auch noch Spiele haben Die sich auch die Zeit nehmen wollen Das kommt ja dann beides zusammen Wir sehen ja an Spielen Wie WoW Was passiert Wenn man Quasi den Spiels umdreht Und alles auf schnell schnell Balanced und macht Da kommt am Ende Nix bei rum Also jedenfalls Nix Nix wirklich schönes Naja Äh Was wollte ich eigentlich erzählen Ich hab's Jetzt hab ich's verdrängt Irgendwas wollte ich Äh Weiß ich nicht mehr Egal Äh Noch Stückchen Muss noch hoch ne Ah ist schon grün Ja wenn sie grün ist Dann würde ich sagen Jeder macht Ich hab einen ganzen voller Alkohol Und ich muss trotzdem kämpfen Na super Da treffe ich doch wieder nix Wieso hab ich eigentlich nur 8 Raketen Hat die Katasbeck nur 8 Raketen Der hat doch mehr Übernimmt der sich Die verschossenen Raketen Die hab ich neu gespawnt Das kann sein Das wär ja geil Das wär awesome Weil dann müsste man wirklich auch mal Äh Nachladen gehen Ich würd hier gerne nachladen gehen Tatsächlich Also Muni nachholen Treibstoff Würde ich echt gerne machen Aber es geht halt nicht Weil das Schiff Wenn du Also wenn du ausloggst Ist das Schiff ja weg Und dann musstest du dir Neu spawnen Dann hast du wieder alles Stirb du dicke Keterfiller Ah Ratatatatatatatatatatam Es war einmal So Dann weiter Nach De La Mar Wo ist denn das Ach da Kontakt Kontakt Noch ne Keter Ach ne komm Das ist ein bisschen doof Da wegen so einer Keterfiller Da jetzt irgendwie Die macht ja nix Die fliegt irgendwie Weiß ich nicht Mit 10 Metern pro Sekunde Oh ich bin eine dicke Keterfiller Ich hab dich aus dem Quantum Drive geholt Damit du mich umbringst Weißt du Irgendwie Irgendwie ein bisschen seltsam Ich mach das jetzt auch unabsichtlich So Ups Ich hab da gerade eine Cutlass Black Aus dem Quantum Drive geholt Jetzt werden wir leider alle sterben Hm Das ist aber schade Tja Ich hab mir einen Kartoffelschäler gekauft Hab ich das schon erzählt Ich hab mir einen elektrischen Kartoffelschäler gekauft Weil ich Mein Mein Manueller Heißt es Der Analoge Quasi Der ist kaputt gegangen Beim Kartoffelschälen Das haben die ja so an sich Und Da hatte ich dann die Auswahl Das ist aber auf der anderen Seite Warte mal Das ist auf der anderen Seite Da hatte ich dann die Auswahl 8 Euro für 9 Oder 12 Euro für einen ganz neuen Nämlich einen elektrischen Kartoffelschäler Tja Und da ich noch nie einen elektrischen Kartoffelschäler hatte Hab ich mir gedacht Komm Ich esse ganz gerne mal Kartoffeln Warum nicht So Und Der kam gestern Und ich muss sagen Ich bin begeistert Also das Ding ist super Steckst die Kartoffel rein Weißt du Die wird dazwischen reingeklemmt Drückst sie aufs Knöpfchen Das Ding geht sogar mit Batterien Kann ich also auch mal mitnehmen Wenn ich irgendwie Unterwegs bin Und Den Den Drang verspüre Ich will jetzt Kartoffeln essen Abgesehen davon Dass ich sie nicht kochen kann Aber ich kann sie unterwegs schälen Also ich kann quasi Ich kann theoretisch Wenn ich sage Ich will heute Abend Nachdem ich Keine Ahnung Von Arbeit komme Oder was weiß ich Wenn ich komme Will ich Kartoffeln zu Hause essen Kann ich sie während ich nach Hause fahre schälen Oder schälen lassen Und dann direkt zu Hause In den Topf schmeißen Ist das nicht geil? Und das Und das Ding schält echt gut Also kann man echt nicht meckern Geht wunderbar Wollte ich mir so erzählen Fand ich ganz lustig das Teil Oder finde ich immer noch lustig Hast doch kaum Verlust Also wenn ich Also ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Ein Mann Und wenn ich Kartoffeln schäle Dann ist die Hälfte der Kartoffel Im Mülleimer Weil ich die halt nicht so gut schälen kann Naja Aber das Ding kann die richtig gut schälen Also Besser als meine Oma Na obwohl Oma Falls du das guckst Das ist nicht persönlich gemeint So Ich glaube nicht Dass meine Oma weiß Wie man YouTube Videos guckt Aber egal Man sollte nie alte Leute unterschätzen Am Ende guckt ihr jedes Video Und liked Oder Oder meine Oma ist Der kleine Hater Troll Der manchmal Irgendwie Fünf Accounts erstellt Und dann Auf dem selben Video Hated und disliked Mit fünf Accounts Und das ist total unauffällig Weil das ja alles In derselben Sekunde passiert Hey Moment mal Könnte es sein Dass das die gleiche Person ist Hmm Darüber muss ich mal meditieren Ich frag mal meine Oma Vielleicht ist sie das Das wirkt geil Stell dir vor Du bist YouTuber Und deine Oma Und deine Oma Hatet deine Videos Das wäre irgendwie witzig Naja So Sind wir gleich da In Levski Ruski Ist das eigentlich Ein russischer Name Levski Klingt so ne So So leicht angerussischt Hätte vielleicht Kartoschkas mitbringen sollen Machen wir schön Wodka Aus den Kartoschka Ich mach Wodka Aus Gratoschka So Da ist ein Stein im Weg Warte mal Ich zieh mal kurz die Karre hoch Da ist irgendwas Achso Ein Stück Planet ist das Hä Ah Okay Ja Ich bin Das Problem ist Dass ich doof bin Oh guck mal Da ist so ne schöne schwarze Linie Es könnte ein Mächtiges Rohr sein Eine Art Halo Der sich um den Mond bewegt Oder ist es einfach nur Ein kleiner Grafik Bug Werden das nie erfahren Niemals Letztens hab ich so ein cooles Video geguckt Da sind diverse Raumschiffe Von der Größe im Vergleich Da wird dann immer so rausgezogen Das sind so 3D Modelle Die in quasi In einem gewissen Maßstab Also Maßstabsgetreue Da eingefügt wurden Und da fängt das so an So mit so kleinen So ein TIE Fighter Ups So ein TIE Fighter Von Star Wars Und dann kommen Ein paar größere Sachen Von EVE Da kommen ein paar Sachen Von Keine Ahnung Von irgendwelchen Filmen Und so Oder auch Stargate Und Star Wars Und pipapo Und ganz am Ende Ist dann nur Also fast ganz am Ende Ist dann der Todesstern Der neue Also der Oh scheiße Da ist Berg Hoch Scheiße Warte mal Da ist ein Berg Ich seh halt kaum was hier So fucking dunkel Okay Jedenfalls Da ist dann der Der neue Todesstern Also der aus Teil Aus Episode 6 Der ist ja wesentlich größer gewesen Als der von Episode 4 Und dann Denken wir sich so Oh ist schon relativ groß Alles Und dann sucht der So übelst weit raus Und dann kommt Halo Also der Der Halo von Halo Der Runde Der Kreis Und dann denke ich mir so Boah Also Mit dem Ding Kannst du schon ein paar Todessternen zusammenschnallen Und dann kommt der Kommt der Oberkracher Dann kommt von Ich weiß nicht von welchem Halo Teil Weil Halo leider nur auf Xbox kommt Ich hab keine Xbox Ähm Kommt Die Ark Also quasi dieses Äh Also ja Ja diese Arche Und Sie haben Spaßes halber Dann in dem Video Haben sie in der Arche Die Erde Reingestellt Also die Arche ist Wesentlich größer Als die Erde Nämlich 10 mal so groß Wie die Erde Was natürlich völliger Nonsens ist Jemals sowas zu bauen Aber Wie er dann da einfach nur raus Und du denkst dir so Okay Da passen also jetzt Alle Todessterne Alle Raumschiffe Alles was du früher gesehen hast Passt dort irgendwie 100 mal rein Oder 1000 mal rein Wer baut sowas Fand ich super War echt ein cooles Video So Okay wir sind gleich da Ich kann ja schon mal Weiß nicht Ich seh da die Dinger Hier ist auch nichts beleuchtet Kein Weißt du Vor meinem Haus Das ist ne Baustelle Und das sind Kräne Und jeder dieser Kräne Ist so hell beleuchtet Dass ich kaum schlafen kann Aber hier Nö Ist doch nicht nötig Dass man hier irgendwie Mal was beleuchtet Hier kommt dann nie ein Raumschiff lang Ne So unter dem Motto Jetzt mal Landemodus Der Best Christmas Ja Zeichen mal an Hangar Wo ist denn der Hangar Seh nichts Seh Feuer Ich glaube ich komme hier wieder Von oben rein Kann das sein Ich habe auch Licht an Ne Ich habe wirklich Licht an Weißt du noch nicht Warum ich Licht an habe Aber ich habe es an Es hilft mir nicht Das Licht Da Da ist ein grüner Pfeil Da will ich rein Okay Na komm Können wir auch Mit 50 reindüsen Kein Problem So rein da Ich habe da einen Schaden Was ist denn da los Habe ich da einer angeschossen So aus Aber es sieht cool aus Oh Ganz schön kaputt Aber sonst geht es beim Schiffchen gut Ja Irgendwann habe ich da beschossen Aber das kann auch sein Das kann tatsächlich sein Also wenn das Spiel sich es mittlerweile mal merkt Wie viel Muni habe ich ausgeschossen Bei meinem letzten Flug Wie viel Treibstoff habe ich in Luft gepustet Und welche Schäden hat mein Schiff erlitten Und ich war zwischendurch nicht zur Reparatur Und habe es nur einfach nur quasi gespawnt Ne So wird es das Spiel ja sein Da ist es nicht so wie das bisher der Fall war Oh mein Schiff ist kaputt Ich spaw mir einfach ein neues Musste schon reparieren gehen Ja So soll es sein Das wäre cool wenn sie es merken Weil eigentlich wurde ich nicht beschossen Von wem denn Also die Kehlepil hat sich ja nicht gewährt Und durch meine ultra Massivsten Landekünste Würde mir sowas nie Niemals passieren Und das sieht auch wirklich aus Wie Einschlusslöcher So Machen wir die Funsel an Bin gespannt was wir an Kohle kriegen Und was wir uns dann davon tolles leisten können Wir haben ja irgendwann so einen Mantel gekauft Aber das ist eigentlich Unsinn Weil den kannst du nirgendwo anziehen Ich meine Weltraum Der Mantel Der hält nicht wirklich dicht Da muss schon was Was bisschen besseres her Die Lampen hier sollten Vielleicht auch nochmal kurz drüber gehen Mit dem Pinsel Ein bisschen Ach mein Radio ist noch an Warte Haben wir gleich So Okay Verkaufen War dort Erstmal Kohle wiederholen Licht aus hier So All So Dann Verkaufen Von der Hallo Cutlass Black Erstmal das Food Shoppen gehen Die Frage ist Wo war das Ich glaube da muss ich nochmal eine Etage runter Warte mal Da muss ich glaube ich Das waren hier die Hangar Und hier geht es zur Lobby und den Airlocks Aber das will ich da hin Warte mal Muss ich gar nicht Ich glaube das war woanders Ach ich In Levski bin ich immer noch verloren Wie so ein kleines Kind im Irregarten Ist wirklich so Area B Was steht ich drüber Residential Area Ja Ich bin ja auch ein Resident Ich bin Mr. Resident Mal Resident Area Okay Ich geh mal hier durch Ich residentiere ja ganz gerne mal Achso das war Resident Nee Wollte ich gar nicht Ich will auch einkaufen gehen Wo ist denn hier die Shopping Mall Wo ist Mediamarkt Ich brauche nur einen USB Stick Ähm Achso Jetzt weiß ich es wieder Ah ich habe Ja 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 Knebel benutzen wir einen Aufzug Ja Wieso hat er eigentlich so viele Knöpfe Ich meine Warum Naja Ach ja Der Winter Ach ja der Winter Geht alles So Minus 04 Ich kann mal in die Minus 03 gehen Grand Barter Da gehen wir mal rein Da können wir jetzt nämlich Schöne Shoppen gehen Ich muss erst mal selber gucken Wo die ganzen Shops waren Es gibt ja leider keine Wirkliche Übersichtskarte So Also Hospital Ja ist die Frage ne Ich gehe mal hier einfach mal Erstmal hier oben durch Also Hospital ist geschlossen Klar brauchen wir ja auch nicht Wir sind ja alle gesund Das hier Central Ventilation System Da gibt es wahrscheinlich nichts zu kaufen Irgendwo gibt es ja auch einen Waffenladen Hier unten gehen wir gleich hin Auf den Trüdelmarkt Lass mich oben gucken Hier ist irgendwie Misk Blablabla Okay Was ist hier Con Was Conscientious Objects Ah ja Hallo mein Freund Was gibt es im Angebot Ja ja Hier gibt es auf jeden Fall Andere Knarren Als Hallo So Eine Apokalypse ARMS Das ist ein Shotgun Ah Eine Railgun Uh Die Nehme ich mir Der Preis ist heiß Ich kaufe den Scheiß So Jetzt auch ein bisschen Muni Genau Nehmen wir uns gleich mal ein paar mehr mit hier Eins Warum kann ich nicht noch eins kaufen Ich will noch mehr Muss ich mal wieder hier zurück gehen Ja dann halt Nochmal Nein Weg So Noch eins Machen wir drei Stück Ne Ja Guter Kauf Ich weiß Ich kaufe nur das Beste So Das haben wir Vielleicht noch eine zweite Waffe Vielleicht ein Sniper Ich mag die eigentlich ganz gern Was ist hier Energy Rifle Ballistik SMG Das kriege ich aber auch auf Wallysar Custom SMG Mhm Gibt es ja keine normalen Pistolen Ah doch Pistolen gibt es unten drunter ne Hier gibt es Pistolen Also Das wäre Energy Pistol Energy Pistol Hallo Was ist das Na Nochmal Ah ja Und dann kommt die ballistischen Ja Dann vielleicht unten so eine kleine Uzi am besten Ich weiß auch nicht Mal hier Das ist ein Sniper Oder Das hier Das ist nochmal die Railgun Genau Und das ist ein Tooltip Sniper Ja Sniper will ich auf jeden Fall haben So Zack Und dann brauchen wir noch ein bisschen Munition Die hier aber nicht liegt Dann liegt die da unten Äh Railgun Nein Na Oh Granaten Ne Brauche ich aber auch nicht Ah der Tooltip Der nervt ey Hallo Jetzt LH86 Energy Pistol Energy Rifle Äh Nein Hä Arrowhead Aber war das hier Arrowhead Warte mal Tatsächlich Dann nehmen wir die Alles klar Batterie Genau Nehmen wir auch mal drei Stück mit Eins Zwei So Und Dry Gut Dann brauche ich noch einen geilen Anzug Richtig fetten Geilen Awesome Anzug Die sind hier drin Ich weiß das ganz genau Dass die hier sind Aber ich komme nicht rein Okay Ähm Sonsten gibt es hier nichts Ne Genau Also hier gibt es nur Knarren Und Muni Na gut Dann gehe ich mal Dann gehen wir in einen anderen Shop rein Und vorschlagen Wir machen mal kurz zum kleinen Cut Äh Ich muss die Folge mal teilen Weil das wird noch ein bisschen länger dauern Machen dann gleich in der nächsten Folge weiter Ne Mit dem Shoppen Also bis gleich Bis zum nächsten Mal We're 65 Degrees Last time I asked I was down on my knees The last time I heard you speak You shot ice into my veins I almost wished there would rain I almost wished there would rain Now your forecast calls for me Does the sun go down on your knees Two days Two days Between the legs ουν Two days One days Two days Two days Untertitelung des ZDF, 2020